servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir schreiben heute den ersten märz das heißt es gibt wieder einige neue items in handelsposten bzw das komplette line up wurde umgekrempelt sagen wir wie es ist wir schauen uns in diesem video an welche sachen uns zur verfügung stehen mit preisen inklusive allen wichtigen infos was ich schon mal sagen kann es gibt ein richtig richtig geiles mount eines der schönsten mounts die ich tatsächlich seit lange im spiel gesehen habe es gibt ein cooles transmog set welches ihr hier jetzt schon seht und diesmal also letzten monat hatte der monat ja so ein bisschen valentinstags vibes das heißt ein bisschen diesen monat geht es in dieses richtung maskerade maskenball wie auch immer und was ich noch sagen kann die monatsbelohnung ist richtig enttäuschend aber gut dazu kommen wir alles in diesem video wenn ihr mich unterstützen wollt gerade im februar ziemliches wo w slump auch auf youtube sehr gerne den kanal abonnieren like aufs video raufhauen und ja dann übrigens an alle kanal mitglieder die mich auch auf diese weise unterstützen ich weiß es ist nicht viel aber es sind mittlerweile zehn leute die mich auch mit der mitgliedschaft unterstützen und nur dass ihr es mal gehört habt ich sehe das und mir geht gerade ziemlich viel oder ich habe gerade ziemlich viel um die ohren aber danke für euren support das bedeutet mir echt sehr sehr viel in diesem sinne wir starten rein heute nicht in game wie damals im februar weil ich habe zwar immer noch schlafstörungen aber ich versuche jetzt einfach mal nicht um fünf uhr morgens noch am rechner zu sitzen ich versuche zumindest es klappt zwar nicht aber wie dem auch sei und hier sind wir schon bei dem mount und das ding ist fucking nice der majestätische azur pfau das ding ist ein richtig nices teil es kostet 750 händler devisen und was soll ich sagen wir hatten schon vor weil sie ein paar monaten per data mining potenzielle 10.2.5 mounts gesehen da war dieser pfau auch in verschiedenen farben dabei aber ich finde das ding unfassbar hübsch das model ist nice die farben sind nice geiles mount habe ich nichts daran auszusetzen habe ich bock drauf werde ich mir holen und von daher alles easy dann ein spielzeug der feine jadegrüne sonnenschirm erinnert mich so ein bisschen an der world quest die wir damals hatten in revendreth wo man mit einem schirm rumfliegen musste in den schatten lande ob man das mit dem spielzeug auch kann es wird zumindest auf dem bild suggeriert ob man es tatsächlich kann keine ahnung ich werde es wahrscheinlich nicht rausfinden weil es meine devisen nicht ausreichen werden dafür weil ich glaube ich nach dem mount wieder broke bin oder ziemlich broke bin aber ich wollte es nur mal erwähnt haben sieht ganz witzig aus dann die beiden dinger kennen wir schon die alabaster sturmkralle und die alabaster donnerschwinge die teile gab es zum 15 jährigen wo w jubiläum in dieser collectors box wo ich immer noch übrigens richtig sauer bin auf otto ich habe das ding damals am tag wo es bekannt gegeben wurde vorbestellt und kurz vor release schreiben die penner mir dass meine bestellung storniert werden musste weil sie zu viele angebote angenommen haben und die nachfrage nicht decken konnten ich habe es nicht vergessen auch fünf jahre später noch also otto.de ich bin richtig angepisst auf euch die ragnaros statue in meiner wohnung die fehlt auf jeden fall die da dabei gewesen wäre aber gut die mounts könnt ihr auf jeden fall ergattern die gab es dann zwischenzeitlich auch mal im shop also wer keine 20 euro damals für ausgeben wollte ich glaube es war aber für beide oder 25 euro der kriegt sie jetzt für lau müsst aber jedes einzelnen kaufen und als hordler bringt es euch zum beispiel nichts wenn ihr das ding kauft weil es nicht benutzen könnt also das ist allianz only das ist horde only dann transmog da werden wir jetzt relativ schnell drüber gehen weil ich die dinger ziemlich naja nichts sagen in diesem monat finden die meisten zumindest ein hemd für 50 devisen wir haben einen umhang für 50 devisen wir haben wieder diesen aufgesplitteten umhang der nur über eine schulter geht für 75 devisen das gleiche noch mal für 75 devisen diesmal in einer anderen farbe steht auch dabei kommt mit zwei schulterstücken also ihr könnt dann im transmog menü auswählen dass zum beispiel nur eine schulter getransmog sein soll ich finde das tatsächlich ziemlich ziemlich hübsch gab es letzten monat in pink beziehungsweise rosa wie man auch immer die farbe nennen möchte diesmal halt in so einem türkis und einem samten wie würde man sagen flieder ist das richtig keine ahnung ich bin nicht gut in farben dann der evergreen quasi diese hässlichen kack handschuhe für 100 händler devisen mit denen man richtig schön in die toilette greifen und verstopfung lösen kann gibt es diesmal für 100 devisen wieder einen wappenrock ebenfalls 100 devisen dieser sarong 100 devisen den gibt es dann auch noch mal in diesem violett ton flieder keine ahnung und auch das ding muss natürlich dabei sein die kluft des vagabunden diesmal in diesem ja aquatik ton türkis nennts wie ihr wollt einmal mit kapuze einmal mit schal dann haben wir ein türkises gewand für 150 devisen wir haben nette kopftransmox das muss ich tatsächlich sagen wir haben die verlorene krone des arkanen das ding sieht ziemlich nice aus kostet 200 devisen gefällt mir ziemlich ziemlich gut jetzt geht es in dieses thema maskenball rein gewandt der königlichen maskerade 200 händler devisen und warum ist das hier doppelt drin gewandt der strahlenden maskerade scheinbar das sind unterschiedliche farben sehe ich jetzt erst okay es ist ein recolor gibt es auch noch mal eine andere farbe für 200 devisen dann hätte an der stelle eigentlich dieses transmog set aufploppen sollen welches ihr hier oben drin seht keine ahnung ob das jetzt ein anzeige fehler von meiner seite ist irgendwie sowas wird es schon sein das bekommt ihr für 800 händler devisen also ziemlich ziemlich teuer ist aber auch weiß ich nicht es passt halt wieder nicht zu jedem char und es ist jetzt nicht so ein typisches ich ziehe in die schlacht transmog aber nichtsdestotrotz finde ich hat es durchaus einen angenehmen look gefällt mir ganz gut ja gönnt euch wenn ihr da bock drauf habt dann kommen wir zu den waffen transmogs wir haben einmal eine stangenwaffe für 150 latten ein einhandschwert für 50 eine faustwaffe für 200 wir haben hier ein streitkolben für 200 ein ganz schickes schild für 200 devisen eine sehr schöne einhand waffe mafistros trost rasiermesser für 200 devisen das gab es wohl schon mal kann ich mich nicht mehr daran erinnern aber dass sie tatsächlich ziemlich cool aus genauso wie die katastrophen schneidet die ist einem recolor von einem schwert wo mir der name gerade nicht einfällt 250 devisen ein paar dolche gibt es für 450 devisen sowie das arsenal himmelsklingen ebenfalls für 500 händler devisen da bekommt ihr zwei einhandschwerter das eine hat so ein glow effekt wie ihr hier seht das andere nicht und damit kommen wir zur bonus belohnung und es ist eine maus thiele thieles großeltern erzählten ihm sie wären die mäuse gewesen die azaroth entdeckten sie waren außerdem unübertroffene schwindler klingt ganz süß sieht auch ganz süß aus aber irgendwie ein pet als monatsbelohnung weiß ich nicht holt mich jetzt nicht so krass hinterm ofen hervor aber auch solche monate muss es geben letzten monat hatten wir einen coolen transmog davor gab es die armbanduhr also es ist scheinbar immer so ein bisschen abwechselnd natürlich kann jetzt auch jeder sagen der fan der armbanduhr und des pets ist das ist jeden monat ein banger aber ich finde es ist eher so blizzard wechselt so ein bisschen ab einmal gibt es so ein kracher wie ein transmog oder ein mount und der andere monat ist dann halt wieder etwas gediegener mit einem pet oder einem kleinen mini transmog teil keine ahnung irgendwie sowas in die richtung ähm aber natürlich nehmen wir so mit kann man sich mal gönnen ähm und ich würde sagen damit haben wir alles gesehen schreibt sehr gerne in die kommentare welches dieser items euch am besten gefällt ich bin ganz klar bei dem mount der pfau ist richtig geil also den will ich gerne haben den werde ich mir auch direkt holen sobald ich kann und dann mal schauen ich glaube nicht dass meine devisen noch für das transmog reichen werden ich hätte es gern weil ich die auch versuche zu sammeln aber das werde ich wohl nicht zusammen kriegen daher danke an euch fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten video habt ihr